Eine starke Region braucht Innovation. Durch die Vernetzung von Wissenschaft mit starken Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft entsteht zukunftsweisende Forschung für die Region Bonn-Rhein-Sieg und darüber hinaus. Das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer begleitet, unterstützt und koordiniert Stakeholder für gemeinsame Kooperationen. Unsere Hochschule steht für anwendungsorientierte Lehre und Forschung. Das heißt, wir arbeiten auch immer gemeinsam mit der Wirtschaft. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, auf aktuelle Bedarfe der Praxis zu reagieren. Mit diesem Transfer in die Praxis leisten wir unseren Beitrag für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Mit dem Projekt Campus to World, gefördert durch die Bund-Länder-Initiative Innovative Hochschule, vertiefen wir den Austausch zwischen der Hochschule, den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie den Kommunen der Region Bonn-Rhein-Sieg. Wir stehen für hohe Standards. Meine Hochschule ist anspruchsvoll. Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Im Studium und Lehre, in der Forschung, im Transfer, in der Verwaltung. Und das erwarten wir auch von unseren Partnern. Wir fördern Wissenschaft, Innovation und Kooperation. Wir sind Transfer. Das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Das Zentrum für Wissenschaft und Technologietransfer der Hochschule. Wir sind Familie Brücken und Energie reconnect, für die Mitarbeiter zur Hochschule. Wir können hier in der Schule und Italiene gehen. Wir können hier in der Schule und in der Schule weiterklarieren. Wir wollen hier in Japan, woanders in Deutschland.